Mein Name ist Markus Mayer und ich freue mich ganz besonders am 12. und 13. Oktober in Zusammenarbeit mit dem Sport Business Campus und in Kooperation mit Sport1 ein zweitägiges Weiterbildungsseminar im Thema E-Sports umsetzen zu dürfen. In diesem einzigartigen Angebot wollen wir Marketingmitarbeiter aus Unternehmen in die Welt des E-Sports entführen und ihnen aufzeigen, was das Ökosystem, was dieser neue Sport auch für einen Impact auf ihr Unternehmen, ihre Marke, ihren Verein haben kann.